Ihr fetten Leute, willkommen zur Neu-Volke. Hilde und Olaf, wir spielen heute Bad Boss, oder? Ja, ja. Ja, ja, dann geh mal an Bad Boss, hey, ja. Geh mal an Bad Boss, hey, ja. Oh, wir spielen gegen Max, der Zocker, unterstrich HD. Boah, ey, da hat bestimmt noch kein Abschluss. Mach, ich schau dir, Raub, da. Ja. Stimm ich die Folgen ganz zu. Können wir das bitte schriftlich haben? Ich brauch das. Jetzt kommt Angela Merkel, tritt mir in den Hinern. Und, Nilde, was hast du in der letzten Zeit gemacht? Letzthal. Ach, das ist unser Weg. Wo dann? Immer verschieden. Ja, wo dann verschieden? Woodstock-Wettkämpfe. Wo denn Wettkämpfe? Äh, den letzten hatte ich in Darmstadt. Sehr gut, und hast du gewonnen. Natürlich. Lech-Staat. Dafür hast du keine Rechte. Deutsche Gesetze. Arbeitsstättenverordnung. Ich glaub, da finde ich Antworten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu... Oh, es geht los, okay. Wir spielen dafür nur gegen einen. Der Leise heißt er. Er hat ein Dreieis-Gin. Dreiei? Wer ist ein Dreiei? Hat er so viele Eier im Kühlschrank? Mann, ist der reich. Ey! Was war das denn? Ja, super. Ich bin erleben mit meiner größten Maße, boah. Haft dir doch mal. Prämium. Ne, dann verschwende ich lieber mein Geld für ein paar Brezeln. Kennst du diese Hot Dogs vom Ikea? Hm, ne. Die gibt es aber immer am Ausgang. Die sind richtig geil. Da gibt es so Party-Menü. Kannst du mit deinem Geburtstag bestellen. Ein Eis. Bringst du ganze türkische Familie mit, oder was? Ja. Vor allem, du musst einfach durch den ganzen Ikea latschen, um da hinzugehen. Mann! Ja, Hilde. Ja. 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 Digga, willst du mich verarschen, oder was? Nee, Mann. Oh, sie sind aber ein Hübsche. Äh, äh, äh. Ich bringe den Stock vorbei. Frisch aus dem Wald gesäbelt. Hier, hast du ihn. Hier, hier, ein Stock. Oh Gott. Ich schmeiß ihn dir runter. Die bauen sich jetzt ernsthaft eine Base. Ja, ich sehe nichts. Gib mal Blöcke. Warte, ich geh drauf. Jawohl. Hol, hol Bett. Jawohl, ist eingebaut. Scheiße. Machst du tot, machst du tot. Hol doch das Bett. Nein, ich brauch zwei Eisen. Ich hab zwei Eisen. Mach tot. Kannst du holen. Ja, genau, jetzt sterb ich. Mach ich das halt allein, ey, weißt du. Nö, ich hole. Oh, scheiße. Ach, Junge. Alter, das macht Spaß für jedermann. Talalalalalala. Ich hätte jetzt auch gern mal einen Tee. Hier, so schattig. Ein dunkles Plätzchen. Oh. Boah. Ich werde zu furie. Oh, oh, oh. Ich hole den E. Lass mich das machen. Ich habe eine Windows-Error-Meldung bekommen. Sehr gut. Das ist hier eine Leiter. Möglicherweise sind sie Opfer einer Software-Fälschung. Richtig. Ja, ich bring Blöcke. Fuck. Na, hier drunter ist ein... Oder so. Komm, komm. Ich konnte nicht schlagen. Gib mir auch mal ein bisschen was ab, Alter. Ja, scheiße. Ich habe es vergessen. Oh. Fast einer runter. Einer runter. Wo denn? Scheiße. Hab ihn. Hä? Nö, der kriegt mein Kill nicht. Oh, vielleicht schaffe ich es noch allein. Viel zu entdecken mit Dora. Ich spiele jetzt mal eins gegen eins. Oh, ich hätte ihn noch reißen können. Ach, du warst doch drin. Ja. Oh, so. Mein Bett bekommst du schon mal nicht. Oh, vielleicht doch. Und du denkst dir so fucking allein. Wow. Ja. 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 Es war so klar, ne? Das mag ich an diesem Spiel. Er war nur am verlieren ist. So. Nö. Nein. Ja, wie ich ihn nicht schlagen kann. Was? Komm. Och, nö. Langsam schickt es aber. Hier reicht es jetzt. Ja. Was war das? Warst du das gerade? Ja. Ja, komm. Los. Mach mich kaputt. Jawohl. Die fällt. Ja. Ich habe mir schon gedacht. Bleib einfach da ohne. Ganz ehrlich. Nein. Oh. Nö. Ah. Das ist cool. Jipp. Oh yeah. Verloren. Cool. Gut, Leute. Das war es dann mit der Drecksrunde. Bad Wars. Dann sehen wir uns irgendwann wieder. Tschüss. Tschüss. Ja. Oh.